Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. Die Zahl ist gefahren, die Seiten vergeben. Du fühlst, du träumst, du fühlst, du glaubst, du fliegst. We are unrequited love. I will do nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am a giant. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dann das war nicht mehr und so wie er so macht heute Abend um 18 Uhr zum Beispiel fertig weil ich weiß nicht wie lange die Quest gehen ich kann nicht so viel spielen deswegen habe ich sehr viele Quest noch also das heißt sehr viele viele Paar oder wir machen einfach zusammen also das wir im Stream TikToks machen und ha oder er dabei sein können ich bin auf Server 7 also BlackBerryGalcy und ich habe auch einen Club der momentan noch Mitglieder sucht und auch Reitlehrer also ich mache auch Reitlehrer aber ich bin ja Club Gründer und ja und dann mache ich eigentlich andere Sachen aber solange wir jetzt keine haben und demnächst kommt wahrscheinlich auch wieder Videos mit Bella es ist wie jeder vielleicht also für die neuen jetzt und Bella ist meine Hündin also unsere Hündin da ich ähm und damit kommen dann halt auch wieder Videos und ich hoffe man hört mich überhaupt erstmal richtig gut also dass ich nicht zu leise bin und die Musik zu laut ist ja es sich eben ein paar Probleme gerade aber ja wenn ich auch noch mal was anderes spielen soll dann schreibt es gerne in den Chat oder kommt auf dem Discord ich hab dahinter scottling nicht ich bin super vorbereitet ja sieh 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 siehste man äh wieder anfangen zu eben ja wieso sag ich die ganze Zeit mal ja hm sorry und tut mir leid für die Tostatur aber ich hab jetzt eine Tonne aus der Tour weil die Leertasse rumgespünt hat bloß kaputt war nach dem Saumann also für alle die saumachen und keine mechanische Anti-Ghosting-Tastatur haben ich kann es euch nur empfehlen ganz vorsichtig die Tassen draus machen also super vorsichtig vor allem die Leertasse weil da Federn drunter sind also diese Sprungfedern wenn ihr wisst was ich meine ja die ist dann halt weggegangen dass ich nur einen noch hatte ja da musste man richtig auf die Tastatur äh auf die auf die Tastatur auf die Leertasse draufhauen dass die erstmal richtig funktioniert wieder also also dass man zum Beispiel hier springen kann wo hier jetzt zum Beispiel nur einmal zum Beispiel drücken muss oder wir kaufen Pferde ich weiß es noch nicht dann dann waren wir gestern halt noch beim Tietz wo ich jetzt auch nichts tun konnte ähm ja also wegen der Impfung nichts Schlimmes jetzt aber dass halt die drei geimpft sind also Bella und Snow und Luna also die Kanichen also die haben das alles irgendwo mitgemacht auch ähm die beiden ähm Häschen also Kaninchen ich sag dazu mein Häschen für alle die für alle die neu sind für alle die neu sind für alle die neu sind ähm mein Dorf ist super Kappa viel Spaß ist es manchmal wirklich also manchmal kann man sich darüber nicht verschwören manchmal ja ja ich werde wir müssen unternehmen da ähm es keine Copyright Musik ist mach die doch noch ein bisschen leiser was ist das für ne Musik die müsste endlich passen jetzt müsste ähm das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017